Die Souveränität unseres Landes, ja unseres Volkes, ist unverzichtbar für unsere Zukunft. 16. September 2023, Magdeburg Domplatz ab 13 Uhr. Wir fordern den Rücktritt von Robert Habeck, den Rücktritt von Karl Lauterbach, den Austritt aus der WHO und mehr Schutz für unsere Kinder. Sei dabei, wenn wir gemeinsam in Magdeburg auf dem Domplatz ein bedeutendes und richtungsweisendes Signal setzen werden. Wir sind nicht bereit, weiter zuzuschauen, wie unser Land und die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder an die Wand gefahren wird. 16. September 2023, ab 13 Uhr, auf dem Domplatz in Magdeburg. Es ist soweit, jetzt geht es endlich los. Schließ dich an. Schließend. 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 Schließend.